Willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, das ist natürlich ideal, ne? Guck mal, Joseph, hinter dir. Perfekt. Joseph! Ich frage mich, warum der Joseph seine Axt festhalten kann und ich nicht. Wer ist das denn? Weg mit dir. Du fetter Pfaffe, du. Genau, geh mal runter und erledige das, Joseph. Wir sehen uns. Na komm, ich geh mal mit runter. Okay, und er geht wieder hoch. Nein, nein. Was machst du da? Au. Ich bin alles andere als... Okay, bitte, lass mich das nicht nochmal von vorne machen. Lass mich das nicht nochmal von vorne machen. Bitte. Ich will nicht. Ach, dir haben wir das zu verdanken, du Kaputzenfutzi, du. Bitte nicht. Nicht nochmal von vorne. Sei bitte so gnädig. Wie auch immer du heißt, ich hab deinen Namen vergessen. Sei bitte so gnädig. Nein? Nein. Oder? Doch, etwas. Okay. Alles klar. Ähm, warte. Wieso ist mein Scharfschützengewehr nicht ausgerüstet? Wieso ist mein Scharfschützengewehr nicht ausgerüstet? Wieso ist mein Scharfschützengewehr nicht ausgerüstet? Oh, wow. Also, die Maschine bräuchte ich auch mal. What the? Ach. Hallo. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Wir haben die Chance, ohne die Bewegegeschütze auszuschalten. Bumm. Also, dahin muss ich, oder was? Dahin müssen wir. Na komm, dann. Aufi. Ich hoffe mal, dass du mir folgst. Ach, hier kommt der runtergehüpft. Oh, nee. Okay. Das heißt, ich muss... ...die Typen da erledigen. Sonst geht das nicht. Okay. Na komm, macht nochmal auf. Machet auf die Türe. Lass mich nicht erfrieren. Wo denn? Du da. Au. Nein. Oh je, oh je. Joseph. Ein fetter. Oh nein. Warte mal. Okay, perfekt. Einer geht noch. Einer geht noch. Ich glaube, der schießt da unten. Hin. Leck mich. Komm schon, Joseph. Jawohl. Warte, der ist noch nicht tot. Oder? Oder ist er? Doch, ist er. Hey, der hat was liegen lassen. Danke. So. Ähm, wie kommen wir da unten hin? Da hinten her? Okay. Joseph, komm mal mit, bitte. Hopp. Oh. Oh je. Oh je. Oh je. Hey. Ich bin der einzige, der Joseph schlagen darf. Komm mal her, Schatzilein. So. So, ist fein. Noch einmal das Ganze. Sehr gut. Wir müssen nur auf unsere schicken Westen aufpassen, ne? Blut geht da nicht so gut raus. Verschwindet. Unser Territorium. Erinnert mich ein bisschen an ein Tower-Defense-Spiel. Einfach oben stehen und, 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 äh, die Angreifer abwehren. So, ein bisschen Suppe. Was willst du? Perfekt. So. Ja. Das war gut. Ach, du brennst. Ah, ne. Ne, das ist eine Fackel. Okay. Joseph, kommst du mit runter? Bitte. Nein. Oh je, Mini. Au. Au. Du könntest mal deine Kumpel da unten aufspießen. Was hältst du davon? Wahrscheinlich nicht ganz so viel, hä? Ah. Joseph, wo bist du eigentlich? Sag mal. So, jetzt erhole ich mich hier. Nein, tue ich nicht. Okay. What the fuck? Hä? Bitte? Muss ich das jetzt verstehen? Ja, genau. Geh mal weg. Joseph. Oh, du lebst doch noch. Was macht der da? Ja. Ich hab noch leider kein Streichholz. Joseph. Jetzt weiß ich auch... Ah. Ist das dein Scheißernst? Jetzt weiß ich auch, warum das Kapitel so heißt, wie es heißt. Wir verlieren uns. Weil wir uns gerade verloren haben. Joseph, eigentlich, ne? Du mit deiner, deiner Axt müsstest das doch eigentlich alles ganz gut hinbekommen. Einfach schwingen. Einfach schwingen, schwingen, schwingen. Einfach schwingen, schwingen, schwingen. Nun ja. Gut. Ja. Dürfen wir das wieder machen, ja? Ist in Ordnung. So. Du kommst da hin. Das nehme ich mit. Dann müssen Sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Habe ich vor. Äh. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Nein, können wir nicht. Keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Ja, von wegen... Jetzt können wir durch. M-m-m. Cool, dass einem so ein Schuss reicht. Finde ich gut. Wunder da. So. Ähm. Ja. Aber der da, ne? Sollen wir mal anklopfen vielleicht, ne? Hallo. Nein. Hätte ja klappen können. Da habe ich hier nicht mal mehr die Leiter hochklettern. Gehe ich eben hier hoch. Auch kein Problem. Guck mal, wie anhänglich sie sind. Joseph! Hier drüben! Warte, ich baller sie runter und du ballerst sie um. Okay? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein! Verschwinde! Nein! Hallo? Sind sie kaputt? Nein, da lebt noch einer. Okay. Ja, komm hoch, Chef. Ah, ist das anstrengend. Ekelhaft. Echt? Dass die einen nicht mal in Ruhe lassen können, gell? Was wollen die denn von uns? Hier, verschwinde. Verschwinde! Au! Nein! Jawohl. Warum können wir das nicht so immer machen, ne? So. Darf ich mich jetzt erstmal ein bisschen erholen, oder wie ist das? Ne? Scheiße. Warte mal, hier kann man auch runterklettern? Tatsächlich, okay. Bringt mir das denn was? Nein. Okay, dann lass ich's. Nein! Lass mich doch einmal in Frieden, ey. Wirklich. Lass mich doch einmal in Frieden. Machen wir lieber deine Arbeit, Joseph. Anstrengende Scheiße hier. Jetzt würde ich gerne da hingehen. Da. Ja? Und auch jemanden dann erschießen. Bitte. Okay? Wenn's recht ist. Ist es wahrscheinlich nicht. Wieso schubst du denn mein, 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 mein Ding da weg? Joseph! Hinter dir! Schnapp ihn dir. Sehr gut. So, jetzt Scharfschützengewehr. Und jetzt... Oh, ist das dein Ernst? Komm her. Komm her. Komm her. Aber wir haben immer noch Gegner hier. Leute. Jetzt sollten wir eigentlich problemlos zum Turm kommen. Naja, hier stehen noch ein paar Viecher im Weg, ne? Mit Äxten. Oh. Oh. Ja, kriegst du auch. Sobald wir hier Ruhe haben. Wo bist du, Chef? Ja, da lauf doch nicht weg. So. Ich weiß noch nicht, wie ich dir helfen kann und mir selber nicht so, ne? Aber ist in Ordnung. So. Hammert. Ich höre immer noch... Grummel. Egal. Immerhin kommen wir jetzt Richtung Tor. Aha. Hallo. Wir kennen uns ja, hä? Och, Mann. Och, Mann. Das ist unhöflich. Hat nix gebracht. Okay. Aber hey, Kontrollpunkt. Das ist schon mal positiv. Stirb. Hilfe. Ja. Ja, das war ja schon zum Scheitern verurteilt. Wieso, wieso lässt er mich denn da alleine? Mit dem. Was, 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 was soll denn das? Ohne Munition, ohne nix. Das ist auch ohne nett. Ähm, ja. Wo kriege ich denn jetzt... Wie kriege ich denn dann kalt? Ich bin da... Ich bin da gefangen drin. Ja. Kann nicht weg. Und bin da mit so einem verrückten, fetten Kittensägenfuzzi alleine. Äh, na gut. Okay, ähm, ja. Müssen wir mal gucken, ne? Also, ich würde das jetzt noch ein bisschen probieren. Jetzt weiß ich auch, warum der mir nicht direkt folgt, der, der Joseph. Damit das Spiel das mit mir machen kann. Okay. Äh, liegt hier vielleicht noch irgendwo? Warte mal. Wir können doch, wir können doch auch, ähm, gerade mal ein bisschen... Oh, und ich hab ja noch Granaten, ne? Eine. Na gut. So, ähm, wir können ja noch Bolzen herstellen. Was nehmen wir denn? Am liebsten die hier. Das hat ganz gut funktioniert. Als ich den das erste Mal gesehen hab. So. Einen Spritz hier haben wir noch. Ähm. Ja, das reicht auch alles nicht irgendwie. So. Die Granate packe ich mal nach rechts. Die wird vielleicht nützlich sein. So, alles durchladen. Okay. So, Joseph. Dann, wir sehen uns, gell? So, und wenn das jetzt nicht funktioniert hier, dann, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich den klein kriege. Okay. So, Moment. Wo ist das Fass? Wo ist das Fass? Das ist da. Okay. Das würde ich gerne einmal... Das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Das war auch sehr gut, Joseph. Äh, Sebastian. Das war sehr gut. Das ist so bescheuert. 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 Oder das ist das ... Bis zur nächsten Folge Bis dann